Und hier kommt Mushu. Mushu ist ein Schatz. Und so einen Schatz, wir können gar nicht verstehen, wieso kann man ihn im Tierheim abgeben. Man muss sehr blöd sein, um sowas zu tun. Jetzt sucht er eine tolle Familie, nicht wahr? Komm, wir sind hier in den Schuh. Kommst du? Tschüss, wir gehen!